Wir wollen die Gleichung mit Strecken veranschaulichen und damit lösen. Anschließend wollen wir noch eine Probe machen. Wir stellen uns vor, dass alle Zahlen und Variablen Länge von Strecken in Zentimetern sind. Wir zeichnen deshalb 3 mal x als 3 mal eine x Zentimeter lange Strecke. Wir zeichnen sie gleich nebeneinander. 1 mal x, 2 mal x, 3 mal x. Wir haben jetzt hier die Strecke x, die Strecke x und die Strecke x. Also 3 mal x. Die Gleichung sagt 3 mal x minus 9. Wir müssen also von der Strecke 3 mal x 9 Zentimeter abschneiden. Wir gehen deshalb 9 Zentimeter zurück. Übrig bleibt diese Streckenlänge und laut unserer Gleichung ist es eine Strecke mit einer Länge von 45 Zentimetern. Anhand dieser Skizze wollen wir nun die Gleichung lösen. Wie können wir auf eine Länge von x kommen? Wenn wir zu 45 9 addieren, haben wir 3 mal x. bis gleich. Schritt 2 Dreben